Heute spreche ich über meine Heilung von Heuschnupfen, umgangssprachlich auch Allergie genannt und ich möchte dir damit eine Perspektive mitgeben, wenn du selbst an Allergie oder Heuschnupfen leidest, dass du die Flinte nicht ins Korn werfen musst. Damit herzlich willkommen, mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, bevor ich dir zum Abschluss mitgebe, wie ich es für mich selbst gelöst habe, Heuschnupfen und Allergie aus meinem Leben zu bekommen, will ich dir gerne meine Geschichte erzählen und warum es mir dadurch auch absolut möglich ist nachzuvollziehen, in welcher Situation du dich selbst mit Heuschnupfen oder Allergie befinden wirst. Ich habe das Thema schon seit Kleinkind in meinem Leben. Ich hatte mit drei, vier Jahren das erste Mal Heuschnupfen oder Allergie-Tendenz, zumindest der Aussage meiner Eltern. Und weiß noch, ich glaube, das war im 8. oder 9. Lebensjahr, war ich auf eine Geburtstagsfeier von einem Freund eingeladen, habe mit dem Feld Verstecken gespielt und ich musste frühzeitig von meiner Mama abgeholt werden, weil mein rechtes Auge komplett zugeschwollen war und ich kaum mehr Luft bekommen habe. Ich habe es damals nicht wirklich so nachvollziehen können, aber der klassische schulmedizinische Weg war, über Antihistaminika vorzugehen. In meinem damaligen Fall Zetirizin und dann Lorano. Und weiß noch, als kleines Kind, ich habe einen Großteil der Sommer im Haus verbracht, weil wenn ich draußen war, wenn der Nachbar Rasen gemäht hat oder auch mein Vater, dann war es klar, ich habe im Nachgang sofort Heuschnupfen und Allergieren, ich kann gleich wieder reingehen. Das war an sich eine Odyssee, das hat sich eigentlich mein ganzes Leben lang weiter so dargestellt. Ich habe dann auch auf einem naturheilkundlichen, alternativen Weg viele Dinge ausprobiert. Das reichte von Bioresonanztherapie, also dem umgangssprachlichen Löschen von Allergien. Das hat als Kleinkind, zumindest auf Basis der Aussage meiner Mama damals noch sehr gut funktioniert, als vorgeschrittene Jugendliche dann leider nicht mehr so ganz. Alle Dinge von Schwarzkümmelöl, Quercetin, von Okobaka über Galfimia Glauca, also letztlich auch homöopathische Ansätze. Und habe aber nie wirklich einen Effekt erreichen können, wie es über Antihistaminika der Fall war. Antihistaminika habe ich dann ab einem gewissen Zeitpunkt sehr stark gemieden, weil ich extrem müde darauf wurde. Unabhängig davon, ob ich sie in der Früh oder am Abend genommen habe. Und natürlich am Abend nochmal besser, aber ich war morgens wie gerädert. Ich habe ewig lang gebraucht, bis ich mal aus dem Pott gekommen bin. Und habe dann immer versucht, die so gut es geht, irgendwo zu reduzieren. Aber spätestens im April, Mai war es dann so weit, dass ich die ersten Antihistaminika nehmen musste, weil ich ansonsten meinen Alltag gar nicht hätte bestreiten können. Ich habe dann tatsächlich über auch einen Alternativarzt und am Ende dann auch über Dr. Rüdiger Dahlkes Werk, Krankheit als Symbol, einen Zugang dazu gefunden, wo ich selbst für mich gar nicht beleuchtet hatte. Und zwar den Zugang von mentalen und emotionalen Grundlagen, die sich auf einer physischen Ebene manifestieren. Bei einer Allergie ist es letztlich so zu sehen, und das wäre auch hier meine Empfehlung an dich, wenn du jetzt die ganzen schulmedizinischen und alternativen Wege schon durch hast, dir mal die Frage zu stellen, wo du in deinem Alltag Konflikten aus dem Weg gehst und dahinter dann auch die Symbolik eines Heuschnupfens oder einer Allergie zu sehen. Weil an sich Heuschnupfen, um es dort mal einfach zu halten, ist ja an sich etwas sehr Kontroverses, weil männlicher Blütensamen hat ja nicht die Absicht, mir in die Nase zu fliegen und zu sagen, ich will jetzt David stressen, ich will ihn dazu zwingen, alle Register zu ziehen, um mich letztlich wieder loszuwerden. Weil männlicher Blütensamen ist völlig neutral, der hat eigentlich nur den Sinn und Zweck, eine weibliche Pflanze zu finden und sich dann entsprechend weiter zu vermehren. Warum der Körper dann letztlich alle Register zieht, ist metaphorisch so zu verstehen, dass wenn eine mentale, emotionale Grundlage entweder auf bewusster oder unbewusster Art und Weise keinen Raum und keine Zeit findet, fällt sie irgendwann auf eine physische Ebene ab. Und Rüdiger Dahlke beschreibt es in seinem Werk Krankheit als Symbol, sehr treffend mit dieser Tendenz Konflikten aus dem Weg zu gehen. Und ich selbst habe das damals auch sehr stark bei mir erkannt. Ich war ein sehr harmonieliebender Mensch. Ich habe, wenn es irgendwo zwischenmenschliche Reibungspunkte oder Reibungsflächen gab oder auch Konflikte, immer versucht, die so gut es geht zu harmonisieren, falls unbedingt notwendig aus dem Weg zu gehen. Und als ich das damals erkannt habe, habe ich direkt versucht, dieses Verhalten zu ändern. Bedeutet, ich habe Konflikte ganz bewusst, auch wenn sie im Raum standen, gesucht. Ich habe die Reibungsfläche nicht ignoriert, sondern bin den auf den Grund gegangen. Und das war für mich mit einem Zeitversatz von insgesamt zwei Jahren der wirklich grundsätzliche Ansatzpunkt, der es mir heute erlaubt, zu sagen, ich habe keine Allergie und keinen Heuschnupf mehr. Und draußen, da kann es Blüten geben und Pollen, wie es will. Das beeinträchtigte ich nicht bei meinem Alltag. Und das auch ohne Antihistaminika wie Zeturicin oder Lorano. Und genau damit will ich dir die Perspektive geben. Unabhängig davon, ob das jetzt Allergie oder Heuschnupfen ist oder auch eine andere chronisch manifestierte Befindlichkeitsstörung. Stell dir bitte mal die Frage, welche Symbole könnte dort dahinterstehen und erkenne, dass unabhängig davon, ob du selbst sagst, das fühle ich oder das fühle ich nicht, es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass auch bei dir letztlich hier ein mentales, emotionales Thema zugrunde liegt. Ich hatte vorhin auch noch den Einschub auf bewusster oder unbewusster Ebene. Bei mir war das damals tatsächlich unterbewusster Fall, weil ich keinen Zusammenhang rein logisch-kausal gesehen habe, weil mir dieser Umstand nicht klar und nicht bewusst war. Hingegen gibt es aber auch Personen, wenn man auf die mit solchen Themen zugeht und somit Bewusstsein schafft, dass es hier Zusammenhänge gibt, kann die Person dann immer natürlich noch sagen, das fühle ich nicht, hat bei mir gar keine Schnittmenge. Aus der Erfahrung heraus in der Zusammenarbeit mit über 280 Personen bis heute würde ich tendenziell sagen, sind es eher Männer, die solche Aussagen von sich geben, als weniger Frauen. Aber unabhängig davon will ich dir hier die Perspektive mitgeben, was mir damals geholfen hat, Heuschnupfen und Allergie aus meinem Leben zu bekommen und dir dort die Frage zu stellen, wo gibt es bei dir mentale oder emotionale Themen, die du entweder auf einer bewussten oder unbewussten Art und Weise keinen Zeit und keinen Raum gibst. Wenn du dich an der Stelle wiedererkennst und sagst, ich habe schon ganz lange mit Heuschnupfen zu kämpfen, ich will Allergie endlich aus meinem Leben bekommen, du hast vielleicht auch eine andere chronisch manifestierte Findlichkeitsstörung, dann hast du auch gerne die Möglichkeit, direkt zu mir Kontakt aufzunehmen und findest dort auf meiner Homepage www.bachmeier.com die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen, zu dem wir uns zu deinem gewünschten Termin dann auch zu einem unverbindlichen ersten Telefonat bei dir melden und wir finden dort gemeinsam heraus, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf dem Weg von A nach B benötigen. Um dich dort auch hinzubringen. Abonnier auch gerne meinen YouTube-Kanal, um fortlaufend neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und tu gleiches auch gerne beim Podcast der Körperkodex, um alle fortlaufend neuen Inhalte mitzubekommen, die du auf Apple, Spotify als auf allen anderen gängigen Medien findest. Und investiere dort auch gerne 15 Sekunden deiner Zeit, um mir eine 5-Sterne-Bewertung zu geben und den Algorithmus mit Daten zu füttern, zu sagen, hey, was ich dort von David als Perspektive bekomme, und das hilft mir selbst auch weiter. Du findest mich auch auf Instagram, kannst mir dort auch gerne eine private Nachricht schreiben unter meinem Namen, wenn du irgendwo noch ein Thema hast, wo du sagst, hey, da würde ich gerne David als Perspektive mitbekommen, dann finden wir dort auch ganz entspannt für dich einen Zugang. Und insofern hoffe ich, dass ich dir hier eine Perspektive mitgegeben habe, wie es auch du schaffen kannst, Heuschnupfenanalogie aus deinem Leben zu bekommen und wenn du in so einer Situation bist, beileibe nicht die Flinte ins Korn werfen musst. Und somit freue ich mich schon, dich in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein David. Bis dahin, dein David.